Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 17. Mai mit Zoe Tassovali. Schön, dass ihr dabei seid. Es gibt neue Details nach dem vereitelten Terroranschlag am Don Bosco-Gymnasium in Bocholt. Es hat kurzzeitig eine zweite Festnahme gegeben. Ein SEK-Team war bei einem 18-Jährigen, der ist aber mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Ermittler sind auf ihn gestoßen, als sie die Chat-Protokolle des 16-Jährigen ausgewertet haben, der den Anschlag geplant haben soll. In dem Chat soll es wohl um Waffen gegangen sein. Daraufhin hat das SEK die Wohnung des 18-Jährigen durchsucht. Dort sind vier nicht scharfe Waffen gefunden worden. Dass die beiden den Anschlag gemeinsam geplant haben, glauben die Ermittler nicht. Sie gehen weiterhin davon aus, dass der 16-Jährige allein gehandelt hat. In der Essener City gab es heute Nachmittag eine Messerattacke. Ein 23-Jähriger ist auf dem Burgplatz vermutlich mit einem Messer attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter ist kurz darauf geflüchtet, hat sich dann aber später der Polizei gestellt. Was da genau passiert ist, ist noch unklar. Die Kripo versucht jetzt die Hintergründe zu klären. Die Landtagswahl hat bei uns in Essen ein sehr klares Stimmungsbild gezeichnet. Fast alle nördlichen Stadtteile haben mehrheitlich SPD gewählt. Nur in Schönebeck lag am Ende die CDU vorn. Im Süden gingen alle Stadtteile an die CDU. Mit dem Südviertel, Rüttenscheid und der Stadtmitte drei zentrale Stadtteile an die Grünen. Außerdem fällt auf, dass die Wahlbeteiligung im Norden der Stadt sehr viel geringer war als im Süden. Im Nord- und Ostviertel ging nicht mal jeder Dritte zur Wahl. Die Ergebnisse der Landtagswahl, Reaktionen und Analysen findet ihr auf radioessen.de. Am zweiten Tag nach der Wahl ist außerdem weiterhin völlig unklar, wie die künftige Landesregierung aussehen wird. Die Essener IHK wünscht sich aber auf jeden Fall eine schnelle Regierungsbildung. Die Wirtschaft befindet sich seit zwei Jahren im Ausnahmezustand, heißt es. Deshalb seien jetzt schnelle Koalitionsgespräche und eine handlungsfähige Landesregierung besonders wichtig. Welche Regierung sich die Essener IHK wünscht, sagt sie nicht. Am wahrscheinlichsten ist aktuell eine Koalition aus CDU und Grünen. Theoretisch möglich wäre aber auch eine Ampel aus SPD, Grünen und FDP. Im Gruger Park blüht so langsam eine sehr seltene Pflanze. Die Titanenwurz ist die größte Blume der Welt. In voller Blüte stinkt sie nach toten Tieren. Weil sie aber noch nicht komplett geöffnet ist, ist der Gestank noch nicht so schlimm, sagt der Gruger Park. Blühen soll die Titanenwurz aber nur wenige Stunden. Deswegen rechnet der Park schon bald mit einem schlimmen Gestank. Wer sich die seltene und stinkende Blume live anschauen will, kann heute noch bis 21 Uhr im Gruger Park vorbeischauen, morgen dann von 10 bis 21 Uhr. Alle Infos zur Titanenwurz und den Öffnungszeiten findet ihr auf radioessen.de. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen. In der Innenstadt läuft aktuell schon der Aufbau für Essen original. Ein Teil des Kennedyplatzes ist schon gesperrt. Da sind heute Morgen die ersten Bühnenteile aus den Lkw geladen worden. Auch ein paar Imbissbuden und Bierwagen stehen schon. Insgesamt gibt es drei Bühnen. Auf dem Kennedyplatz, dem Kopfstadtplatz und dem Burgplatz. Spätestens Freitagmittag muss alles fertig sein. Dann beginnt das Stadtfest. Das ganze Wochenende treten dann Bands und Künstler auf. Unter anderem Nelson Müller, Kultz und DJ Oliver Magenta. Und noch gute Nachrichten vom Sport. Torjäger Simon Engelmann spielt auch in Zukunft für Rot-Weiß Essen. Der Stürmer ist mit 24 Saisontoren der beste Stürmer der Liga. Und durch den Aufstieg hat sich jetzt Engelmanns Vertrag automatisch verlängert. Das gleiche gilt auch für einige andere wichtige Spieler. Torwart Jakob Golz, Felix Bastians, Niklas Tarnath, Ozan Kefkir bleiben auch bei RWE. Einen neuen Trainer für die dritte Liga hat RWE dagegen noch nicht vorgestellt. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Der Regen verzieht sich immer mehr. Heute Nacht bleibt es trocken und auch die Wolken ziehen sich zurück. Es kühlt ab auf 17 Grad. Die nächsten Nachrichten aus Essen gibt es dann wieder morgen früh ab 6 Uhr hier bei Radio Essen. Euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war der Tag in 5 Minuten. Das war der Tag in 5 Minuten.